Oh, it's been a dark, this is me happy day. Ich darf Ihnen jetzt bei Happy Day einen speziellen Gast vorstellen, der natürlich keine Ahnung hat von seinem Glück. Es ist eine Frau aus Schöpferkanton Luzern und sie heisst Marie-Angela Baumgartner. Herzlich willkommen, Frau Baumgartner! Ja, nice! Wie? Wirklich? Sie sind denn noch einer? Guten Abend, Frau Baumgartner! Sie sind überrascht! Ja, total! Auf der anderen Seite, wir kennen uns. Sie können sich vielleicht erinnern, ich habe Sie mal im Namen der Nordic-Walking-Frau Schöpfer angefragt, um unseren Klaus Höck zu moderieren. Sie hatten aber zeitliche Schwierigkeiten. Es ist mir peinlich, aber Sie haben meinen Brief bekommen. Ja, ja, könnten Sie dieses Jahr kommen? Wir sind alle so Fans von Ihnen! Wir besprechen das nachher. Sie sind jetzt zuerst einmal im Mittelpunkt, Frau Baumgartner, und ich weiss von Ihnen viel mehr, als Sie denken. Ihre Freundinnen haben mir verraten, dass Sie ein grosser Fan sind von einer bekannten Modeschöpferin. Ja, der Donatella Versace! Ja, das ist so eine tolle Frau! Und ich fühle mich ihren auch geistig irgendwie verwandt! Würden Sie sie dann gerne einmal kennenlernen? Ja, das wäre mein grösster Wunsch! Sie sind bei Happy Day und da erfüllen wir die grössten Wünsche. Frau Baumgartner, meine Damen und Herren, hier ist Donatella Versace! Und es ist so schön für Sie, dass ich hier bin! Und es ist so schön für Sie, dass ich hier bin! Jesus und Maria, das kann ja nicht möglich sein! Ich bin Maria Angela, und wir verirren Sie alle, aber ich verstehe nicht Italienisch! You are so fat! You should make a diet! You look terrible! Ja, ich finde Sie auch eine tolle Frau, Frau Versace! Your outfit is horrible! You are so ugly! This color is like a vomit! Ich kann es einfach nicht glauben! Meine Donatella und ich blöderlen hier! Und alles am Fernsehen! Machen Sie doch schnell ein Foto, Herr Koller! Sind Sie so gut? You have no style! Look at me! I'm so beautiful! And you look like a slut! Like a bitch! Cabiche, bitch! But this guy is hot! He's very hot! Un ragazzo bello! Mi ti amo Donatella! Ganz herzlichen Dank, Donatella Versace, dass Sie bei uns waren! Und das war Ihr Happy Day, Frau Baumgartner! And now... Robi Koller and the leader are going to make a Booga Boom!